Hallo und herzlich Willkommen hier wieder zurück bei The Crew mit den Morty, dem Big Manner und den Ingo Viva. Hallöchen und den beiden Chaoten da. Jo, sie fährt doch ne. So, wir sind hier in Las Vegas und wir müssen jetzt ein Straßenrennen fahren. Jo, haben wir ein bisschen Kohle gemacht hier im Casino, im Golden, in der, wie heisst, in die Kölnsee. Jo, ich konnte mir ein Skyline leisten. Genau, und ich habe mir ein Kaugummi davon gekauft. Ja, jede Menge. Der hat jetzt erstmal 20 Jahre nur Kaugummi zu kauen. Also die Kauleiste müssen wir noch nicht mehr sehen. Ich glaube, dann hat er mehr Muskeln im Gesicht, als wir am Oberarm. Dann sehe ich so aus wie der Maddy. Ja, wie der Maddy, ne? So, und wir haben gedacht, wir haben jetzt die letzten Tage, beziehungsweise die letzte Woche, die Tuning-Teile zu. Es wird bald wieder Zeit für ein paar Mischöntchen. Genau. Mischöntchen tun immer am, ja, kommt am meisten an. Das ist immer gut. Genau. Ähm, ich habe jetzt gerade den Reim nicht so gefunden. Aber, äh, ich freue mich drauf. Oh, scheiße! Ah, fein, das ist so ein Ding durch. Uff! Alter, ich bin ausgewischen und klutschen, Baum. Au! Gott, die kann man gar nicht umfahren, die Pylonen, ne? Okay. Sehr schön. Dann gehen noch andere auf dem Server, oder? Christian 10, Ego Minis und Puppels 1. Langsam, Kumpel. So weit bist du noch nicht. Ah, ich muss kurz hier meine Missionen abbrechen, warte. So, jetzt. What fun. Okay. Oh, das ist ein Einzel. Das ist ein Einzel. Oh, Einzelren auch noch. Okay, Alter, das wird jetzt spaßig werden. Ich mach's einfach schon mal. Wir geben Gas. Jupp. Denk dran, Video, Schnauzeichen. Miep, miep. Ohlala. Ach, du Scheiße. Alter, Lachs. Ich hab ne Gänsehaut. Ich hab nen Steifen. Halt. Ja, ne, ist doch der Kühlkaffee. Es läuft so. Ich komme in deine Crew, wenn du hilfst, meine Schwester zu finden. Okay, mach die Scheiß-Musik aus. Hey, ich mach die Scheiß-Musik aus. Hi, Alex. Ich bin Rockzor. Nenn mich einfach Roxanne. Kamera runter, Mensch. Pause. 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 Was hätte man jetzt in den Jüngern, in den Jüngeren, Jahren gesorgt? Hoch das Röntgen-Röntner-Stöckchen? Äh, ich wüsste da was. Beginnt jetzt irgendwie so ein zweiter Akt? Äh, bitte, aber diesmal dann definitiv aus dem FSK 18. Oh, ich hab' ich ne Gänsehaut, ey. Ich bin Moxanne. Ein digitaler Engel auf der Suche nach einem tapferen Ritter. Süß, aber kein Stück schlau. Entspann dich. Wer ich bin, ist nicht so wichtig. Nur, was ich für dich tun kann. Also fahr schon los. Okay, wieder auf Zeit? Ja, wohl. Ja, sicher. Ja, sicher. Sie heißt Daria. Sie heißt Daria. Sie hat schon immer, ob sie dich will. Wenn es die Nachfassung von der Bildung ist, verschwunden. Ich hab' Mom versprochen, sie zu finden. Du bist so'ne Art Gespenst, oder? Du hast mich mit irgendeinem Hacker-Flug versichert. Ha! Nein. Ich bin nur ein Nerd, der versucht, seine Schwester mit allen Mitteln auszuspüren. Die Berichte der Polizei zu hacken. Fällt fit. Und warum soll ich dir trauen? Weil, Alex Taylor, wenn ich dir, Zoe, Harry und Elita Ärger machen wollte, dann hättet ihr ja schon. Das Ganze hier funktioniert nur mit Vertrauen. Oh, ich muss ja sagen. Ja. Sag. Das die, also, also, dann würde ich im Café sitzen, dann kommt so einer da rein. Ingo. Boah. Lass uns mal das Blut wieder fertig schießen. Ja, ich muss erstmal, lass mal. Pumpen, 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 pumpen. Oh, 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 oh. Nimmer, da würde selbst ich gucken und ich bin nicht so einer. Ja, stimmt, das sah schon richtig fett aus. Und ich hab erst gar nicht auf, auf die, aufs Höschen, also auf das Röckchen geguckt. Ja, 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 klar, weil du hast... Nee, ich hab erst ins Gesicht geguckt. Erst ins Gesicht, ja, von wegen. Und dann auf einmal dann runter. Deine neue Nacht. Achso, jetzt kommt wieder mal doch das Video. Oh, oh. Das beschlagnahmte Geld stecken die Cops in bessere Ausrüstung. Sie sind unbestechlich und werden immer stärker. Das tötet die Five Tens. Jeder Dollar, den die Bande macht, kommt hier durch. Autos gehen nach Süden, Schmuggelgut nach Norden. Das Straßennetz ist wie die Kehle der Five Tens und die Cops schnüren es zu. Schiff kriegt das nicht in den Griff. Aber wir schon. Kommt eine Straßensperre, umfahre ich sie auf meiner eigenen Route. Die Cops sperren die Straße, übernützen sie einfach nicht. Bekommen wir das Geld, das durch die Mountain States fließt, macht dich Schiff zum V-6 in seinem inneren Kreis. Und da wollen wir hin. Okay. Wow, ein cooler Plan. So. Mal gucken, ob ich noch ein paar Vorteilspunkte wieder hab. Jawoll. Was wollte ich jetzt gucken? Ich werde das Darknet nach allem absuchen, womit wir unseren Plan testen können. Halte einen Rallyewagen bereit, wenn ich anrufe. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Erstmal vier Pünktchen wieder verteilt. Oh, Kennzeichen kann man jetzt auch. Sehr geil. Ja, hi. Wo ist sie? Sie richtet ihren Computer ein. Falls du es nicht weißt, wenn Coburn sich eine Sekunde beobachtet fühlt, sind wir am Arsch. Wir brauchen keine durchgeknallte Hacker-Braut, die dazwischen funkt, wenn das FBI... Ähm, Zoe? Sie hört bestimmt schon zu. Ich tune ja gerade hier mein Auto. Elender. Wir müssen reden. Sofort. Na ja, bei mir gibst du nicht wirklich viel zu tunen, weil... Bei mir geht alles ins Minus. Ach, klar. Ja, ich möchte das HQ verlassen. Okay. Ich verlasse auch das HQ. Ich auch nochmal. Genau, dann geht's weiter. Ah, Rallyewagen sollen wir bereit halten. Aha, aha, aha. So, jetzt, äh, wieder Garage schon mal. Ja, ich gehe nochmal kurz in die Garage und mit meinem Geländefahrzeug, äh, beziehungsweise Rally. Vielleicht gibt's da was zu tunen. Also, jetzt habe ich wieder den Zubo-Bug. echt ja kaum drinnen und das geht wieder los ich habe wieder komplett dass du beziehungsweise alles geht nach links einmal links herum wollte ich über noch mal ja ich kenne das auch ist auch scheiße ist nicht das liegt aber denke ich mal im spiel bei dir ja klar liegt das definitiv am spiel also ich muss doch nicht mehr ja ich muss auch mit mana doch den sehe ich jetzt du standst bei mir gerade auf am straßenrand dann schließt noch immer noch so bei mir noch nicht im morgen sehe ich noch nicht das erste genau markiere ich mache ich bin ja der chef ja dann markiert du jetzt mal dann vorher schützt ich mal guck mal Pro und Wegpunkte setzen weiterhin Sprinten können wir nicht das machen wir auch jetzt bei Mission nicht bei den Teilen da habe ich das noch okay gesagt kommt scheiß drauf aber hier nicht so Loma Kupke Wolle Bömer Kopp Gölnlalala Abonnenten 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 Oh das rutscht das Das hört sich gut an BODY! Kriegst mich nicht, kriegst mich nicht! Ne, 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 ne! Ich bin Batman! Batman! Genau! Ooooooooh! Fuck! Das Lied kenne ich nicht! Alex, zieh dein Heldenkostüm an! Das ist ja geil! Ooooooh! Wuhuu! Boah, das Rocksend, Alter, das hat eine Gelegenheit! F***, ey! Was? Heldenkostüm? Wuuuh! Ey, das wo die Mama meiner neuen Kinder auch wissen, das? Hahaha! Hahaha! Boah, schon mal, du hast... Hätt's... Hätt's... Hätt's so eine, ey! Ein paar... Schäferstündchen! Also Geländefahren ist eigentlich doch nicht so einfach! Wuh! Wuh! Oh komm, ich bin nicht gefährlich, ich hab nur einen Soundster-Fahren, ganz ehrlich! Ja, angeblich soll ja auch die Polizisten jetzt stärker sein! Stimmt! Weißt du was? Scheiß auf Straße! Wenn schon... Alter kann die auch mal was anderes sagen! Nö! Ach, die eine andere? Ja, die Zoe! Ich hab' ne Neufreundin, heißt Roserette Roxanne! Da gab's mal ne Serie von früher! Ja, ich weiß! Roseanne! Nein, die hieß Roseanne! Ach, Roseanne! Nein, Roseanne hieß die... Roseanne! So, Crew Corp! Das ist unsere Erfahrung! Jo, Mann! Jo, Mann! Jo, Chicken! Check it out! Genau! Und nach dem Rennen müsste dann auch schon die Aufnahme schon wieder fast Zende sein! Ja, wir haben nur noch 6 Minütchens! Echt schon? Ja, das müssen wir, das schaffen wir! Aha! Ja, wenn nicht, machen wir das Rennen beim nächsten Mal, wenn wir verkacken! Auf Worte, Schwarzzeug Stufe 494, okay? Rox, ich bin jetzt bei den Koordinaten! Gut, da sollte eine Spur abgeworfener Pakete sein! Och, nein! Nö! Die Unikate hol sich da so scheiß! Oh, ne! Aber wir sind zu dritt! Ne, schon wieder, dass man die scheiß Paketen... Oh! Wissen nicht! Was ist jetzt los? Es lädt! Ne, haben wir euch gesehen, der Vogel! Okay! Los, Leute! Alle schnappen sich! Ich helfe ihm! Ich helfe ihm! Oh, oh! Ich sehe es schon, du brauchen הכ Wir brauchen zwei Receite Stimpeln! Ja, deshalb ist es nur zwei Richtungen! Scheiße! Ok, das ist noch maske! Ja, das ist 50 km vom Rennang! ja falls ich kisten vergesse ich meine weise ist auch ganz viele egal sind ganz viele ja ach deshalb seite hinter mir es gibt nämlich zwei wege hier mehrere wege vorgab mal 37 stücke dass wir schaffen schaffen wir 240 ja wir haben gerade mal 44 und er kommt mit meiner schon irgendwie muss man es ja schaffen gut dass ich nur eine kiste wegbämmen muss auch schwierig ja aber kann mir keiner sagen dass eine das geschafft hat schon mal 42 stück alle eins zu sagen schon spielst du das alleine willst du in 240 stück so alleine schaffen ja alleine musst du dann glaubst du 70 oder so ach so waren wir jetzt zu dritten müssen wir 200 ja da würde ich mal sagen wenn wir das verkacken macht das macht ihm ist ein müssen wir machen ja stimmt bei mir sind ganz viele da sind richtig viele ja die hälfte hast du alex die hälfte die hälfte die hälfte oh bin ich mal zu doof für so scheiß kisten hier oder was ey du fach ja das schaffst du body sehr schön das ist nicht mal das bin ich gewesen oh oh fuck eine was ok ziehe gerade alex drück auf die tube ja wieso man das denn schaffen ey ganz ehrlich was soll das denn oha ok ich glaubt leute das muss man dann doch nochmal neu machen jup ja wie soll man das denn schiff alter keine ahnung boah ey wir sind zu dritt und schaffen das wirklich was ich bin jetzt bei den koordinaten überspringen gut ja ich auch ich auch ich fahr jetzt mal mord hinterher uuuuuh 2 1 ich brauche offroad 2 ich brauche offroad 2 ich brauche offroad 2 ich brauche offroad 2 das ist das rennen hier ordentlich antreiben und ich verwende die neue ja stimmt ich wussi nicht ich hab's ja jetzt mal er sein müssen dann wäre ich zurück gekommen alter Ist das ein Rutsch, der so verfickt, ey. Da kommen wieder zwei Linien. Ich muss mal kurz gucken, dass ich gerecht werde. Ja. Ich fahre auch mein Weg ganz langsamer durch. Hauptsache ich treffe alle Kisten. Aber es bringt ja nichts, einfach ganz schnell hier überall durchzubrettern. Ne, deshalb. Ich achte auch schon darauf, dass ich nicht irgendwo einen Unfall baue. So, durch Doofheit. Wer noch hat alle Kisten? Ja. Ja, da geht's weiter. Da sind zwei Kisten. Du hast keine davon genommen. Leute, wir sind gut im Spiel. Wir haben schon 61. Aber ich mach's nicht. Jetzt bist du auf meiner Spur. Was soll das denn? Ich wollte ganz halt hinterher her, du Himmel. Du sollst doch die zweite Spur nehmen. Aha. Oh nein, nein, nein. Sollt euch aus euch angiften? Wir müssen uns auf die Kisten konzentrieren. Ja. Ich weiß. Moralpredigt von Mordi. Und ich fahre da hinten mal lang. 79, noch eine Minute 30. Krass. Alter, eine habe ich vergessen. Fuck, fuck, fuck. Eine habe ich nicht bekommen. Kriege ich jetzt aber. Sauber. So, und jetzt zu Mordi hin. Weil da ist viel. Ja, halt die Schnauze. Vier auf einmal. Ja, auch. Noch eine Minute. Boah, komm mal. Das müssen wir noch packen, ey. Okay. 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 Ah, dann fahre ich durch so Kisten durch, ey. Oh. Alter, schaffen wir nicht mehr. Tritt drauf, Alex. Ja, wieso man das denn auch schupfen, ey. Nimm ich den Kreis hier. Okay. Zielgerade, Alex. Drück auf die Tube. Die Klappe mit deiner Zielgerade, ganz ehrlich. 76. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. 21 scheiß beschissen. 21 Kisten haben uns gefehlt. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei The Crew. Bis dahin. Bis dahin. Adieu. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.